Willkommen Leute zu so einem kleinen Beruhigungs-Notfall-Stream. Haben sich einige gewünscht aufgrund des Market-Crashes nochmal. Wir sind tatsächlich kurz unter die 58.000 sogar gedippt. Wir gehen auch direkt rüber hier in den Split- Nein, nicht Split-Screen, sondern Corner-Camera. Ich gehe gleich auf eure Kommentare und Fragen ein. Vorweg erstmal, was ist überhaupt passiert? Wieso? Warum? Weshalb? Wir haben doch eigentlich die krassesten News der Geschichte von Trump und Cynthia Lammes mit der Bitcoin-Strategie und, 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 und Larry Fink und BlackRock und ETF und alle kaufen noch. Warum crasht das denn jetzt gerade so hart? Und da sind mehrere Szenarien einfach, die gerade dazuspielen. Erstmal ganz interessant zum Chart, dass wir es ja hier noch drinnen gelassen haben. Da haben schon bei dem Anstieg wieder direkt alle in die Kommentare geschrieben, JL hast dich wohl geehrt, Szenario ist wohl hinfällig, wa? Nee, ist halt immer noch relevant, solange das B hier nicht überschritten war. Deswegen aktuell sehen wir auch immer noch das hier. Bei Solana, auch ziemlich genial, hatten wir vor ein paar Tagen, genau als wir hier oben standen, das hier eingezeichnet. Zack, 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 das ist wohl der Nächste und jetzt gerade stehen wir da. Ja, also per se läuft hier eigentlich alles immer noch nach Plan. Wir gehen aber gleich nochmal genauer auf den Chart ein. Erstmal, was ist überhaupt fundamental und in den Märkten los? Wieso? Warum? Weshalb? Wir haben mehrere Szenarien, wie zum Beispiel Star-Investoren Warren Buffett, die noch nie so viel Milliarden jetzt gerade in Cash halten, selbst die Magnificent Seven Aktien wie Apple und keine Ahnung was alles, bis zum Umfallen abverkauft wurden. Und damit ist er natürlich nicht der Einzige. Sämtliche Star-Investoren haben unfassbar viel Aktien, wie eigentlich noch nie zuvor in der Geschichte, in dieser Woche jetzt tatsächlich abgeworfen. Und ja, ist natürlich immer die Frage, wissen sie was, was wir nicht wissen? Ja, das sowieso immer. Also die größten Tiere da oben, die haben immer Insider-Wissen, auch wenn es natürlich eigentlich strafbar ist, aber wir wissen es alle, dass es so ist. Zweite Geschichte, sämtliche Aktien und auch der Bitcoin standen logischerweise am absoluten All-Time-High. An einem All-Time-High zu verkaufen ist niemals falsch. Wann sollte man sonst seine Aktien verkaufen? Aber das gehört einfach auch noch dazu. Wir schauen uns da gleich nämlich nochmal die Aktienmärkte an, denn gerade so der Tech-Sektor, die waren einfach, muss man auch ganz klar sagen, sowas wie Nvidia auch unfassbar überkauft. Keine Frage. Schauen wir uns gleich aber auch noch an. Das sind aber so einige Geschichten, da haben natürlich viele Leute, die das einfach verfolgen, die so diese Legenden-Investoren verfolgen, das Ganze nachmachen, dann haben wir die dazugehörige Panik an den Märkten. Michael Barry hat zum 78. Mal dieses Jahr einen Crash vorausgesagt und irgendwann hat er natürlich recht damit, mit solchen Geschichten. Und dann gehen natürlich viele Szenarien rum, dass das so der krasseste Crash der Geschichte war oder jetzt kommen wird, oder das stärkste Abverkauf seit Covid, seit 2008, Finanzkrise und so weiter und so fort. Das ist quasi das krasseste in der Geschichte seit langem war. Und auch hier interessante Daten von wegen, dass es nahezu vom Chart, von der Rhetorik ungefähr genauso aussieht oder ähnlich aussieht, wie letztendlich, wie wir es 2008 erlebt haben. Was danach wohl als nächstes kommt. Und solche Vergleiche, die schüren natürlich extrem Panik an den Märkten. Die werfen den Retailer aus und Retailer raus, so oder so. Das einfach nochmal dazu. Und die nächste Geschichte sind natürlich völlig überhebelte Long-Positionen, die einfach liquidiert worden sind. Trotz den krassen positiven News hier von Trump, was natürlich einmal noch so ein Gegenspiel ist, den Trump, einfach mal, um das nochmal auszudrücken, hat tatsächlich, und das diesmal auch zum ersten Mal live im TV gesagt, dass er vorhat mit der Krypto-Strategie, mit der Bitcoin-Strategie, die 35 Billionen Schulden, die die USA nochmal hat, dass man die tatsächlich mit Bitcoin-Reserven zurückzahlen kann. Das ist natürlich auf der einen Seite alles Wahlkampfgeschnacke, so oder so. Aber Senatorin Cynthia Lammes hat ja nun wirklich nicht nur Geschnacke draus gemacht, sondern tatsächlich was präsentiert. Die haben ja tatsächlich präsentiert, diese Bitcoin-Strategie, dass sie das als Reserve haben wollen. Und vor allem, dass sie eine Million Bitcoin tatsächlich anschaffen wollen. Und da muss man einfach mal rechnen, ist das nämlich nicht mit der Rechnung, weil so schnell wird es nicht gehen. Aber wenn sie tatsächlich 35 Billionen Dollar zurückzahlen wollten, mit einer Million Bitcoin, machen wir die Mathematik, der müsste ein einziger Bitcoin bei einem Preis von 35 Millionen Dollar sein. Also, ja, das ist natürlich schon eine extrem bullische Ansage. Aber man muss natürlich auch da ganz klar sagen, die können ja so viel Geld drucken, wie sie wollen. Also als Beispiel, die nutzen tatsächlich wirklich mal die Gelddruckmaschinen, drucken das Geld einfach aus und kaufen damit Bitcoin. Ja, die drucken heute 10 Milliarden aus und kaufen mit 10 Milliarden Bitcoin. Und sowas machen sie jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat, was auch immer. Also, extrem rasante Preisanstiege. Und man muss logischerweise dann auch denken, ja, was ist denn der Dollar dann noch wert? Keine Frage. Aber das ist tatsächlich nicht im Bereich des Vollkommen Unmöglichen. Und wir sprechen ja da letztendlich auch nicht von morgen, nicht von übermorgen, sondern über eine deutlich längere Jahresstrategie. Keine Frage. Aber, ja, völlig dahingeschwafelt 35 Millionen Dollar pro Bitcoin. Das werden wir so schnell nicht sehen. Definitiv auch nicht in diesem und auch nicht im nächsten Run. Das ist keine Frage. Aber, wenn du noch nicht weißt, wo du deine Kryptos kaufen oder staken sollst, dann schau dir gerne Bitpanda an. Bitpanda ist die Nummer 1 unter den EU-regulierten Börsen und sogar BaFin lizenziert. Profitiere von 0% Ein- und Auszahlungen, sogar bei Kreditkarte und PayPal. Darüber hinaus kannst du nicht nur Kryptos, sondern auch Aktien, ETFs und Edelmetalle kaufen und das Ganze sogar per Sparplan. Registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und unterstütze damit auch mich und diesen Kanal. Was natürlich auch noch dazu führt durch Panik an den Märkten, wie wir sie auch am Aktienmarkt gesehen haben. Also man muss mal bedenken, was für eine Marktkapitalisierung Nvidia hat und was da rausgeflossen ist. Also das sind ja einfach mal quasi fast eine Billionen an Marktwert, die Nvidia jetzt in diesem Zeitraum verloren hat. Von nicht mal ganz einem Monat ungefähr. Ja doch, etwas drüber. Etwas über einen Monat. So und es sind allein jetzt in den letzten Tagen oder allein heute sind 880 Milliarden. Nein, das war auch am 2. August. Es sind 880 Milliarden an einem Tag aus dem Aktienmarkt rausgespült worden. So, warum ist das ungefähr so? Wegen den gerade genannten Geschichten am Alltime High zu verkaufen ist nie verkehrt und es ist natürlich noch eine weitere Geschichte, da will ich natürlich nicht zu intensiv drauf eingehen, weil ich nicht politisch hier abdriften möchte. Aber Nahostkonflikt, keine Frage. Das ist gerade einfach ein riesiges Thema und generell das Thema Krieg. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, ich will hier keine Panik schüren und so weiter. Aber es ist nun mal so, wir sind so nah am 3. Weltkrieg wie noch nie zuvor. Und da muss man sich natürlich mal vorstellen, gerade diese Top-Investoren, die hunderte Millionen oder Milliarden schwer sind, hast du, wenn ein Krieg kurz bevorsteht oder offensichtlich deutlich eskaliert. Das ist erstens nie gut für die Finanzmärkte aus genau diesen Gründen. Es wird schwieriger für Produktlieferketten, sowas geht unter, das geht verloren, die werden gebremst, schwieriger. Die Leute haben viel, viel weniger Geld, Staatsausgaben erhöhen sich und so weiter. Es wird weniger produziert und all solche Geschichten. Das heißt, den Unternehmen geht es schlecht, natürlich in solchen Phasen, weil es den Bürgern schlecht geht. Sie können nicht konsumieren und so weiter. Die Unternehmen nehmen weniger ein und die Gefahren von Insolvenzen, wir haben ja allein, was wir in den letzten drei Jahren, insbesondere nach Covid, was wir für Insolvenzwellen wirklich gesehen haben bei den Unternehmen, das ist in einem Ausmaß wie nie zuvor. Und das wird offensichtlich noch schlimmer. Und klar, wer will, wer weiß, wie viele Milliarden oder Millionen in Unternehmen, in Aktien halten, die möglicherweise in den nächsten Jahren in Insolvenz gehen könnten, wo das ganze Kapital dann weg ist. Denn man muss sich ja vorstellen, ein Krieg, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, ob das jetzt nun, wie gesagt, schlimm wird, ob das eskaliert oder nicht. Aber das ist ja nicht, man beschießt sich sechs Wochen und danach ist alles wieder gut. Sondern das geht ja häufig über mehrere Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, wer weiß, 15 Jahre, wie lange so etwas gehen kann. Und das Unternehmen, egal wie groß sie sind, egal wie liquide sie Stand jetzt sind, dass sie jahrelang eine Durststrecke überleben, die Wahrscheinlichkeit, da rechnen wir irgendwo gegen null. Und niemand möchte einen 90 bis 100 Prozent bis Totalverlust letztendlich mit seinem Portfolio mitmachen. Und wenn es wirklich so ist, hat das alles vollkommen eskaliert und wir hier wirklich irgendwo den nächsten Krieg, Bürgerkrieg und was auch nicht immer alles haben. Wie gesagt, es ist alles das Worst-Case-Szenario und ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber sollte das der Fall sein, wir müssen uns ja auch in die Lage von diesen Top-Investoren versetzen, die das große Kapital haben, die die Märkte bestimmen. Habt ihr lieber eine Milliarde, wenn ein Krieg ausbricht, in Aktien, in ETFs, im Bitcoin? Oder habt ihr sie tatsächlich lieber in Cash? Geht im Zweifelsfall vielleicht auch noch in Gold zur Absicherung. Aber ja, ihr könnt dann nicht mehr in die Läden gehen und wenn Geldautomaten kein Geld mehr ausspucken, Produktlieferketten unterbrochen sind, dann könnt ihr nicht in den Laden gehen, in den nächsten Kombi, in den nächsten Rewe und sagen, ja hier, ich würde gerne jetzt mal mit meiner Aktie bezahlen. So, das geht logischerweise nicht. Ja, dann ist es extrem wichtig, hohe Cash-Reserven zu haben. Absicherungen wie in Gold, weil hinter Gold steckt kein Unternehmen. Genauso wenig natürlich wie hinter dem Bitcoin. Bitcoin ist aber natürlich irgendwo auch digital und wenn die Kack am Dampfen ist, Strom fällt aus, Internet fällt aus und so weiter, dann kann ich mit meinem Bitcoin auch nichts anfangen. So, das ist natürlich Sache. Und weil Bitcoin und Krypto-Altcoins logischerweise sowieso natürlich die größten Risiko-Assets sind, wird hier natürlich am ehesten, am schnellsten und am meisten Kapital rausgezogen. Das ist natürlich noch stärker als bei Aktien. Deswegen ist da häufig die Abstürze umso größer. Das einfach dazu, dem muss man sich natürlich ganz klar bewusst sein, was hier gerade einfach passiert oder was uns theoretisch bevorstehen könnte. Und wie gesagt, man handelt ja am Markt nicht das, was gerade passiert, sondern man handelt die Zukunft. Man spekuliert. Und wenn Großinvestoren darauf spekulieren, dass die Rezessionen des Todes kommen und tatsächlich ein finaler Krieg nochmal ausbricht, dann passiert das, was nun mal passiert. Und dann sichert man sich in dem Fall einfach ab. Und dann fliegen die großen, das große Kapital wird den Finanzmärkten als erstes entzogen. Deswegen sieht es gerade einfach so aus, wie es aussieht. Wobei man aber auch noch ganz klar jetzt dazu sagen muss, na schauen wir auch einfach mal in die Aktienmärkte rüber. Das ist jetzt hier der Nvidia-Chart. Der hat noch problemlos bis hierhin Platz runter. Überlegt einfach mal, wo wir Anfang des Jahres standen. Also wir sind immer noch unfassbar im Profit. Und dass nach solchen Anstiegen hier von 1000% oder mehr dann auch mal eine 30%, eine 50% oder gar eine 70% Korrektur wiederkommt, das ist völlig normal. Genauso Coinbase-Aktien. Auch noch riesen Potenzial nach unten. Sämtliche unserer Top-Aktien haben riesiges Korrekturpotenzial. Schaut euch das mal an. Wir haben keine Korrektur mehr seit 2020 gesehen. Keine nennenswerte Korrektur mehr hier in dem Sinne. Und das war ja so Ausbruch Ukraine-Krieg quasi. Und vorher das letzte ist Covid gewesen. Seitdem haben wir keine nennenswerte Korrektur mehr in den Märkten gesehen. So oder so, sämtliche Aktien waren maßlos überkauft. Nahezu alle eigentlich. Ja, schaut euch das an. Und das gleiche betrifft natürlich, wenn wir natürlich auch zurückgehen, genauso den Bitcoin. Also schaut euch einfach mal an. Der Bitcoin Anfang des Jahres. Hier bei 30.000, 40.000 in dem Sinne. Wir stehen immer noch deutlich, deutlich höher. Wir stehen immer noch 50% höher, als wir Anfang des Jahres standen. Und das ist ja per se, klar, ich weiß, ich habe es als Worst-Case-Szenario so eingeschätzt, weil wenn man jetzt Krieg außen vor gelassen hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jemals aufgrund der ETFs und internationalen Anleger und institutionellen Käufern vorstellen können, dass man so einen Preis hier nochmal sieht. Aber aktuell, egal wie bullish die News im Hintergrund von einem Trump und so weiter sind, das ist aktuell nach wie vor wieder ein realistisches Szenario, dass wir tatsächlich nochmal die 44.000 anlaufen. Aber selbst das ist rein theoretisch, jetzt rein auf die Märkte betrachtet, völlig egal, welches Ereignis das hier auslöst. Es ist eine ganz normale Korrektur. Das ist eine längst, längst überfällige Korrektur. Wir haben seit 15.000, also seit dem letzten finalen Crash hier, keine Korrektur gesehen. Keine nennenswerte Korrektur, außer mal so kurzweilige 10, vielleicht auch mal fast 20% Dips. Haben wir nicht gesehen. Also wenn der hier wirklich die 44.000 anläuft, das wäre rein vom Chart her, fundamental, da hatten wir außen vor, welches Ereignis uns dazu bringt. Es wäre eine ganz normale Korrektur, dass er hier hinkommt und von daher weiterzieht. Und der finale Shakeout zum finalen eigentlichen erwarteten Breakout ist. Und so oder so, ich wiederhole mich da gerne, wir haben es in den letzten 20 Streams gesagt, in den letzten 100 Videos habe ich es gesagt, dass wir vor September oder besser gesagt Oktober, dem üblichen Oktober, kein neues Alltime-Heising, keinen finalen Ausbruch, das sagen wir hier seit März. Es ist ja per se immer noch alles irgendwo das Gleiche. Auch wenn es gerade natürlich blöd aussieht, aber auch, oder die letzten Käufe, die wir vielleicht getätigt haben, selbstverständlich im Minus stehen ja auch, ich stehe mit meinen letzten Käufen im Minus. Mein Sparplan ist bei 64.000 ausgelöst worden. Einen Render habe ich bei 5 Dollar nachgekauft. Wir stehen jetzt mittlerweile bei, oder waren schon bei 4,40, bei 4,60. Auch da stehe ich jetzt ein bisschen im Minus mit. Meine Güte, das ist für mich jetzt erstmal alles halb so wild per se. Nee, sämtliche Positionen sind immer noch weit im Plus. Überleg mal, wir haben Fetch bei 22 Cent akkumuliert. Immer noch ein riesen Plus. Und das nach solchen Anstiegen, dass wir hier von 22 Cent oder eigentlich ja hier von 6 Cent auf über 3 Dollar steigen, dass man da auch mal zurückfällt, das ist das völlig Normalste von der Welt. Das zeigt aber auch wieder ganz klar, wie wichtig das einfach ist, hier Profite zu ziehen, damit man nicht 75% einbüßt. Thema Steuerfreiheit habe ich ja auch immer gesagt, die Angst vor der Steuer. Habt keine Angst vor der Steuer. Ihr könnt gar nicht so viel Steuern bezahlen, wie ihr einbüßt, wenn ihr keine Profite zieht, wenn ihr ein 10x Plus gemacht habt. So, jetzt habe ich einen ewig langen, fast 15 Minuten langen Monolog gehalten. Jetzt wollen wir selbstverständlich auch hier mal auf eure Kommentare reingehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.